Kanzler Palpatine, wie ist das möglich? Wir wussten, dass man ihm nicht trauen kann. Aber wenn das, was Skywalker sagt, wahr ist, ist er noch gefährlicher als irgendjemand voraus. Wir stehen über den Planeten. Steig ein. Was ist euer Ziel? Gute Reise! Bleib wachsam. Ah, Meister. Was verschafft mir das Vergnügen? Meister Windu. Hier steht unter Arrest, Kanzler. Wollt ihr mir etwa drohen, Meister Jedi? Der Senat wird über euer Schicksal entscheiden. Ich bin der Senat. Noch nicht. Anakin. Jedi übernehmen die Macht. Ich werde das beenden. Ein für allemal. Nein. Nein. Nein! Ich habe die Macht, um deine Liebe zu retten. Socke ihn! Hm. Entschuldigung! Was habe ich getan? Lerne, die dunkle Seite der Macht zu nutzen. Ich werde tun, was immer ihr verlangt. Von nun an wirst du bekannt sein als Darth Vader. Eine große Veränderung der Macht. Ich gespürt habe. Tarful. Weiter nach Kashyyyk. Weg wir müssen. Dich sorgen, du musst nicht. Deinen Leuten auf Kashyyyk helfen, wir werden. Uns aufhalten, diese Droiden werden nicht. Entschuldigung. Das verschwenden? Geister hat, aber auf der Schuss. Entschuldigung. Unterse otwenden. Die Schwestern. Warte. Warte. Er. Ich bin. Wer bittet, diese Schlacht ist, die Wukis retten und neu formieren wir uns müssen. Die Wukis retten, die Wukis retten, die Wukis retten, die Wukis retten. Die Wukis retten, die Wukis retten, die Wukis retten. Die Wukis retten, die Wukis retten, die Wukis retten. Oh! Die Zeit ist gekommen. Führt die Order 67 aus. Ja, mein Lord. Nicht 67. Order 66. Führt die Order 66 aus. Yay! Aufschauen! Order 66. Wie ihr wünscht, mein Lord. Chewbacca, darfst du in ernster Gefahr hier sind. Führt die Order 66 aus. Erkan. War democrats eine Bekanter muss. Die Bekanter geht. Dann zu der Rettungskarze gehen wir müssen. Schnapp dir den Wookie. Er darf dem Jedi nicht helfen zu entkommen. Verstanden? Ja, diesen Wookie erreichen wir werden. Aber wachsam, wir müssen bleiben. Einen fortschrittlicheren Mechanismus wir schaffen müssen. Wir können uns nicht mehr auf den Weg geben. Ansonsten aufzunehmen. Ansonsten aufzunehmen. Gehen wir den Wookiee. Das sind jene, die nicht entkommen. Oh, da 66. Schnappt ihn! Das sehen ich kann. Es unterbringen wir werden. Oh, nein! Was ist das? Ohne Reifen zum Angriff! Ohne Reifen zum Angriff! Ohne Reifen zum Angriff! Leb wohl, Tafoul! Leb wohl, Chewbacca! Vermissen, ich euch werde! Wie viele der Jedi haben sonst noch überlebt? Gehört von niemandem, wir haben! Hallo? Eine Antwort erwünscht, sie wäre! Wenn diese Nachricht ankommt, zurückrufen wir uns! Leer der Jedi-Tempel ist, besorgt ich nun bin! Vernichten die Sith! Wir müssen! Das hast du gut gemacht, mein neuer Schlaf! Das ist nicht möglich! Das ist nicht möglich! Nutze deine Gefühle, Obi-Wan! Dann erfinden du wirst! Meister Jedi, wir hatten das Schlimmste befürchtet! Senator Organa, Meister Kenobi unterstützen ihr könnt! Kommt! Dem Imperator einen Besuch wir abstatten müssen! Der Imperator wird in seinem Büro beim Senat sein! Dann zum Senat, wir schnell müssen! Unsere Verbündeten, sie nicht länger sind! Verteidigen wir uns müssen! Sie haben sich alle gegen uns gewandt! Ich kann nicht glauben, was ich sehe! Meister Jedi, ich habe vernommen einen neuen Schlaf! Schüler, ihr hakt, Imperator! Oder sollte ich euch lieber Darth Sidious nennen! Jetzt werdet ihr erleben, wie sich die vollkommene Macht der dunklen Seite auswirkt! Ich habe unbegrenzt gemacht! Ich habe unbegrenzt gemacht! Keine Vorstellung! Schützt durch seine Verbindung zur dunklen Zeit! Seinen Einfluss auf die Macht schwächen wir müssen! Passt auf! Geht in Deckung, Meister Yoda! Geschockt von meiner Wacht! Lauf, Meister Yoda! Hier gibt es nichts für euch! Nur einen Moment! Es ist nah! Jetzt müssen wir angreifen! Geht in Deckung! Geht in Deckung! Meister Yoda! Außer Kontrolle! Euer Durst nach Macht ist geraten! Sieht so aus, als ob dein Freund hier Hilfe braucht! Hehehehe! Weißt doch, Yoda! Ich kann mich nicht bewegen! Ihr werdet mich nicht aufreißen! Darth Vader wird viel mächtiger werden als jeder von uns beiden! Vertrauen in eure neuen Schüler etwas leichtfertig sein mag! Hier auf euer Vertrauen in die dunkle Seite der Macht! Es ist noch nicht vorbei! Ganz und gar nicht! Wir müssen den Druck aufrechterhalten! Einen Moment der Ruhe wir ihm geben werden! Fliehen, verstecken, ablenken! Hm! Ein Feigling ihr geworden seid! Es muss einen Weg geben, an ihn ranzukommen! Ihr seid nicht geschockt von meiner unbegrenzten Macht! Meister Yoda! Wir müssen hier runter! Jetzt! Wir müssen hier runter! Oh! Sack! Åh! Pfeifeo! Eure Unterstützung ich brauche! Eure Unterstützung ich brauche! Herklaut! Sack! 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 Hör zu! Wir haben eine Notfallkontrolle in die gesamte Technik im Senat eingebaut, nur für den Fall, dass das Schlimmste passiert. Vertraut mit seiner Umgebung, der geworden ist. Na los, Meister Yoda. Wir dürfen ihn nicht bekommen lassen. Ruhe im Fall! Wird die wahre Macht der dunklen Zeit. Truppen! Führt Order 66 aus! Lass ihn auf euch! Rassieren Order 66! Truppen, schließt eure Mission ab! Eliminiert diesen Jedi! Verstanden! Truppen! Angriff! Es kommen weitere Truppen! Vorbereit zum Angriff! Es endet jetzt! Lebe wohl, Jedi! Ins Exil gehen! Ich werde müssen! Wenn jemand weiß, wo Anakin ist, dann Padme! Wir müssen schnell sein! toes Chir. Ich werde mit mir sehen, wo ich ein представiterer.